Wir sind froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Wir haben gleich vom ersten Bulli weg eigentlich gut Druck aufbauen können. Da haben uns dann zu viele Konter eingefahren, meines Erachtens. Gerbering hat das clever gemacht mit dem hohen Mann und haben immer die weite Seite dann bespielt. Und da sind wir zwei, dreimal erwischt worden. Da haben wir Glück gehabt und einen guten Torwart gehabt. Ja, ansonsten, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es ist wichtig, in die Playoffs zu gewinnen. Bei uns heißt es ja Verzahnungsrunde. Das ist das Entscheidende. Wir müssen nicht schön spielen, wir müssen gewinnen. Und das haben wir gemacht. Und ja, ich bin glücklich. Und jetzt schauen wir, dass wir am Sonntag 5. Verbruch noch schlagen. Und dann haben wir ein gutes erstes Startwoche gekriegt. Wir müssenители aus. Wir müssen die Das ist der beste Spiel der 34-Jährigen. Und der 90-Jährigen wird sich der Wahl von Boxenballer und der Spitze in den 39-Jährigen. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Applaus 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, ja, ja. Applaus Applaus Das war's gut.